Okay, bei mir hängt da irgendwas an der Wand, na gut. Das bin mit Anubish-Dude! 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 Frische Wack-Dude! Na ja gut, auf jeden Fall haben sie jetzt viel geändert, viel verbessert, wirklich sehr viel verbessert. Und jetzt hat man die Möglichkeit ein legendäres Gear zu farmen. Was gut ist? Immer schön von oben auf der Brücke auf sie drauf springen! Immer schön! Von oben auf sie drauf! Oh, vier! Das waren vier? Das sind noch viel mehr als nur vier. Oh, das war knapp. Ab einen! Der Fackelgott lässt grüßen! Nice! Auf der Brücke bleiben, auf der Brücke bleiben! Fuck, ich hab gemisst! Aber alles okay, ich lock eine auf die andere Seite! Hier drüben, hier drüben bei mir! Kommt gleich einer raus, jetzt! Yeah! Nice Cure! Das ist kein Insta-Kill! Das ist kein Insta-Kill! Weg da, weg da, weg da! Nein, nein, nein! Das ist kein Insta-Kill mehr! Mit uns ist blauer Geist gespawnt! Zum helfen! Ja, dann darf ich gerne mal helfen! Das ist kein Insta-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill. Anubi-Dude! 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 Ah, what the fuck? Vorsicht! Nimm die Akku von dem Viech. Nee, nee, nee! Wuhu! Wuhu! Uff, dude! Mal push ihn! Push ihn, so kann er nichts tun, denn dann wird er sterben. Habe ich gerade ein Schwein gehabt? Hast du? Ich mag Schwein. Nicht hinterher, nicht hinterher. Die Treppe ist eine Trap, habe ich schon verstanden. Der Blaue macht es natürlich Spaß. Ich muss ganz kurz mit dem MPC reden, das ist wichtig. Ich darf hier nicht weg, bevor ich mit dem MPC geredet habe. Okli, okli. Ich verteidige dich mit meinem Leben. Oh mein Gott, ich muss hier weg! Erstmal ein Chip essen. Chip. entsteht hinten rein. Okay. Ääähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh aa! Da! Zoom! hat drauf da ist irgendwas ah dieses Viech wieder zurück da kommt noch einer Retreat Retreat oh mein Gott ich brauche Hilfe hier wo ist er, wo ist er, wo ist er ja das war dämlich vorsichtig, vorsichtig, nicht overcommiten du hast recht, du hast absolut recht fucker Gott ich darf nicht zu sehr in meine Rolle verfallen oh Gott, nicht da oh wieder hoch, sie kommen, sie kommen, ja ja einfach hoch, einfach hoch, wir wollen uns nicht baiten lassen wir bleiben jetzt hier wir sind jetzt die Brückengötter wir werden unserem Glauben abschwören und Brückengötter sein oh, ich wollte schon immer ein Brückengott sein oh ja, Brückengott ich will ein Brückengott sein da steht hier wunderbar ein Brückengott sein gib mir Deckung, jo wieso? ich hole meinen Bogen raus gib mir Deckung, jo ich sehe den Spasti mit dem Bogen da ich sehe den Spasti mit dem Bogen da also bisher bewegt er sich kein Stück aber er hat auch einen Bogen ein Bogen ein Bogen warte mal, wo ist eigentlich der andere Spasti? da war doch noch Tak, Tetsu, Garo, irgendwas ich schaue mal lieber Ausschau nach dem nicht, dass der da von der anderen Seite kommt und uns voll runterhaut ist er unter der Brücke? ich ziehe den Harald Ritter ja, der ist unter uns oh, da ist er ja oh ja, der hat den Hack an ja, der wurde eben auch nicht angezeigt hebt sich gleich auf Sony Blau Monji ach, hecke das ist schade, dass es das im PS4 gibt eigentlich sind die Konsolen dafür bekannt dass man da keine Probleme hat ja, aber manche kriegen es doch irgendwie hin die holen sich so spezielle USB-Sticks laden Sachen drauf und dann laden die das alles auf die Playstation, weißt du? ja, ist asozial hört sich nicht Singleplayer gerne, aber Multiplayer ist scheiße ist wie mit Gewalt du darfst Gewalt gerne in deiner Familie ausüben aber nicht gegen meine oh nein jetzt wird er mich töten mit seinen Hex oh nein alter, geh doch weg oh stimmt, aber er ist dein Schwieriger in dem du darfst ja du darfst im du darfst du darfst du darfst du darfst du darfst Dieses nervige Corona fickt mich zurzeit. Überall nur Probleme wegen Corona. Bei der Arbeit soll ich diese dämlichen Handschuhe tragen. Nervig. Konzentrierst du dich gerade? Hörst du mich auch nicht? Ich konzentrier mich. Ich konzentrier mich! FUUUUCK! Oh mein Gott, ich hab gerade beide fast getötet. Ich hab einen rausgenommen und der Hacker war auch fast tot. HAAAAAAH! Battle of Tears of Denial! Weil deine Pussy ist und weinen muss gehen. Fuck my life! AAAAAAAH! Warum ich? Warum nicht? Achso, du bist schon gestorben. Stimmt. Also, ja, okay. Dann lebst du euch. Heißt das, ich komme gerade in der Welt, in der du schon tot bist? Ja, wir dürfen alles nochmal klären. Warte mal, was? Ja, Seelen, Farmen und so. Wo bin ich hier? Keine Ahnung, wo du bist. AAU, du bist in der Bosswelt! Du wurdest in dem Bossraum beschworen. Du bist jetzt der Boss. WAS?! Du bist der Boss, das ist PvP. Nicht den Fokus, den der, äh, der Hoster heißt. Der Träger, der Gloot heißt. Was zur Hölle? Ahaha! AAU! Die weißen Gemälde verhelfen dir, die heilen dich, also beschütze sie. Ich merk's. Halt mich doch endlich, ihr Drecksviecher. Die heilen dich überhaupt nicht. Ab und zu heilen wir dich. Ab und zu ist nicht gut genug. Wir machen so Kreise auf den Boden. Hat er mich besiegt. Schade. WTF, ich bin ein Boss? Ja. Es gibt nen Eid, der heißt der Speer der Kirche. Und ab und zu, wenn gerade keiner da ist, um den Bossraum zu verteidigen, dann werden einfach random Leute aus der Ringed City eingeladen, den Boss zu sein. Und wenn du den Eid drin hast, Speer der Kirche, dann wirst du immer gerufen, wenn jemand den Boss besiegen möchte. Und dann gibt's so was wie nen PvP Boss. Weißt du? Cool gell? Sehr geil. Mhm. Dort gibt's auch noch Eid-Items, so was wie, dass du dich halt heilen kannst und beschwören kannst und so. Und das ist ganz cool. Das macht Spaß. Mhm. Baum. Also man zeigt es wieder gesetzt. Die PvP Boss klingt witzig. Man kann sich nur selbst nicht heilen, ist ein bisschen nervig. Ja du kannst da ne Glocke mitnehmen und dich heilen. Ich hab ne Glocke. Äh mit Glocken kann man sich heilen. Ich hab ne Glocke. Äh mit Glocken kann man sich heilen. so ne Glocke oder ein Talisman. Gucken wir den Inventar nach. Ähm. 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 Äh. Wie Waffen oder Zauberstäbe. Äh. 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 Ich hab ne Fackel. Äh. Äh. Ja. Klagerigen. Bei den Waffen sind Glocken. 있다고 grad. Ah. Hallo. Ja, hallo. Bei den Waffen sind Glocken. Bei den Waffen sind Glocken. Aber ich hab da noch keine. Okay. hab's noch bekommen und ist das schon bvp noch nicht haben übrigens mal so ein bisschen in eine zusammenfassung geguckt für dark souls und ich finde es eigentlich ganz interessant was da mal so rübergebracht wird was genau meinst du ja dass man die story so ein bisschen erklärt hat mit gewinn und alles ok wo hast du die gefunden die in zusammenfassung youtube muss man mal den link schicken hört sich interessant an mich mir auch manchmal geht 30 minuten lang und versucht möglichst ohne eigene interpretation das gesamte darzustellen also vieles muss ja in dark souls selbst interpretiert werden und ist nicht genau gesagt worden ja das stimmt also ja genau also bei zaubersprüchen ist keine glocke oder also du brauchst ein skill mit dem du dich heilen kannst aber es geht mir gerade mehr um eine glocke die du später in diesem dlc findest mit der kann man sich heilen dann später habe ich habe eine kristallglocke ich habe eine glocken glockenpeitsche ok das ist ein talismann stent tree belwein